Die muss vorliegen, oder was? Ja, ja, 100 Prozent. Okay, ich kann das machen. Reg, lass mich nicht drin, lass mich nicht drin. Ich will meine Jacke noch anziehen, Alter. Ich kann es schon probieren. Ja. Das hängt ja nicht um sonst hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Boah, halte mal, siebzehn. Das sieht doch nicht wirklich müde aus. Fuck, wie viel? Zwanzig. Eins, zwanzig. Hä? Das schaffe ich, glaube ich. Ich versuch's auch, ich weiß aber, dass ich es nicht schaffe. Aber ich hab ein bisschen... Hä? Aber ich hab den ganzen Tag noch nichts gegessen, also scheiß. Ja, und heute ganz schön. Stimmt, ey. Okay. Aber du hast nicht ganz so breit gepackt, ne? Du hast innen, noch nicht in die Schräge gepackt, ne? Ich stehe doch ganz schön gerne, oder? Oh, fuck. Ich hab einen nicht heben. Sieben, acht, neun. Neun. Ja. Ich hab den noch nicht geschickt. Neun. Zehzehn. Siebzehn. Sechzehn. Ja. Neun. Zehn. Neun. Ich hab das nicht. Achtzehn. Ich versuch's auch. Das war auf jeden Fall nicht breit. Ich hab aber auch die ganze Zeit die Kamera gehalten. Dann kannst du mir einen auch nicht machen. 14, komm noch einen. Nee, du hast noch einen. 16. Du hast das wie gemacht, eh? Ja, du hast das wie gemacht, eh? Ja, du hast das wie gemacht, eh? Ja, perfekt. Wie viel wiegst du? 100. Boah, alle, du hast auf jeden Fall, wie glatt hast du gemacht? 21. Boah, das ist krass, Alter, das ist richtig krass. Boah, mit 100 Kilo, ich hab jetzt fast 90, fast 90. Boah, mit 100, das ist voll hart. Junge, die haben wir auf jeden Fall definitiv verloren. Oh, Thomas, sorry, Alter. Ich bin bei 25. Komm, du 26. Ey, das ist doch nicht der Kerl. Der war ja 26, 10 Stück, Alter. Früher bei ZM, wo wir das immer gemacht haben, waren nur 5, 6. Bis die Hand, bis die Stange weg musste. Weil wir hatten so einen Chef, der wollte das nicht so mehr. Jo, perfekt, Alter.